Was ist der Arley? 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 Ja, der Arley, gell? Der meckert immer rum. Hier wird gefrühstückt. Für die Jungs gibt es Erdbeerjoghurt mit Naturjoghurt gemischt, Bananen reingeschnitten und noch so Vollkorn-Haferfleisch. Diese Knusper-Honig-Flakes von Kölle. Und für mich gibt es einen Bananen mit ganz, ganz wenig Erdbeer und Milkshake. Und meinen Milkshake einfach in die Schüssel gemacht und Knusper-Flakes Das wird jetzt gegessen. So, die Jungs sind jetzt angezogen und fertig. Und wir sind jetzt auf dem Weg in den Zoo. Brauchen ja nicht lange. Zwei Minuten. Und ich bin auch im Partner Look mit den Jungs. Ich habe auch so ein Oberteil an. Wie die Jungs. So ähnlich. Die haben Tiger schon mit Kätzchen. Und jo. Jetzt gehen wir mal in den Zoo. Tiger gucken. Gehen wir Tiger gucken? Ja. 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 Musik 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 Das ist kein Baba, das ist eine Ziege. Musik Alle langsam, ja? Ja Langsam Bravo, Alessandra. Ganz langsam. Davide, magst du auch Ei machen? Geh mal Ei machen mit alle. Huh? Nein? Der Alle macht Ei. Ei. Nicht so, nicht so. Komm her. Komm her, komm. Wow, wow. Das ist kein Wow, Wow. Alle, komm. Komm alle, wir gehen raus. Komm. Wow, wow. Komm. So, wir sind jetzt aus dem Zoo raus. Die Kinder haben noch Spielzeug bekommen. Jeder hat ein Auto, ein Wolf, ein Reh, ne, ein Elsch, was auch immer, und eine Robbe bekommen. Und jetzt wird hier gestritten, obwohl die alle dasselbe haben. Und jetzt laufen wir nach Hause, weil dann gehen wir mit dem Dennis zusammen in den Park. Yo. Ich... Ja. Laufen wir weiter? Bye. 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 Komm, Davide. Ditta. 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 Hallo. 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 Ditta. 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 Wir haben nicht so diese Wettbeutel.